Hey und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Vorstellungsvideo und zwar gibt es ja ab dem 27. Februar ein neues Gamepack und zwar die Sims 4 Dschungelabenteuer und ich kann euch sagen, es ist Hammer. Es macht wirklich mega mega viel Spaß und erinnert mich voll an die Sims 3 Reiseabenteuer und ich zeige euch heute einfach so ein bisschen, was es Neues im Creative Sim Modus gibt und wie das Gameplay an sich ist. Ich habe nicht alles erforscht, weil ich mir noch ein bisschen was fürs Let's Play aufbewahren möchte, aber hier kriegt ihr jetzt mal so einen kleinen Einblick in dieses neue Gamepack und dann könnt ihr uns fragen, ob ihr euch das holen möchtet oder lieber nicht. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich musste übrigens ein Voice-Over machen, weil die Musik zu laut war. Okay, bis gleich. So, ich habe mir jetzt mal schnell ein Sim aus der Galerie gedownloadet. Das ist die liebe Bella. Ich finde sie wunderschön und an ihr werden wir uns jetzt mal anschauen, was es für neue Frisuren gibt. Es gibt insgesamt vier Stück. Einmal diese Frisur. Ach, wie süß mit so einem kleinen Zöpfchen hinten dran. Diese Frisur finde ich auch mega cool. Das schreit so nach Abenteuer und ich habe das gerade schon hier in der Vorschau gesehen und dachte mir, mhm, mhm, jep, jep, jep. Genau, das habe ich mir gedacht. Ne, das finde ich super cool. Guck mal, das passt auch zu ihrem Oberteil. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Kann ich nicht anders sagen. Dann haben wir hier noch ein Stirnband. Ich glaube, das ist die gleiche, genau, gleiche Frisur, nur mit einem Muster auf dem Stirnband drauf. Finde ich auch sehr süß. Und als letztes gibt es dann nochmal die gleiche Frisur. Noch extremer zweifelfarbig. Oh, sogar dreifarbig, alles klar. Ja, Frisurenauswahl finde ich relativ mau. Aber da will ich ja immer nicht zu viel zu sagen. Ich bin ja eh ein CC-Fan, deswegen bin ich dadurch nicht eingeschränkt. Genau, hier gibt es noch einmal einen Hut. Ja, ein Abenteurer-Hut gibt es dann wahrscheinlich, genau, in verschiedenen Farbvariationen. Sehr cool. Und dann gibt es noch so einen Abenteurer-Hut. Sieht ein bisschen aus wie so ein Imker-Hut, aber auch sehr authentisch, würde ich sagen. Es gibt zwei wundervolle Brillen. Sieht eher aus wie so von so einem verrückten Wissenschaftler, aber soll wahrscheinlich Schutz vor Insekten oder so bieten. Genauso wie dieses Konstrukt, was das darstellen soll. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall interessant. Oh, hier gibt es eine ganze Menge. Finde ich sehr schön. Und zwar einmal dieses Top. Uh, sehr hübsch. Sie hat ganz schön große Boobies, oder? Bilde ich mir das gerade ein. Naja, egal. Das ist jetzt nicht der Hauptteil. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Muster bleibt gleich. Ah, ne, manchmal ist das Muster da und manchmal weg. Mysteriös. Oh, oh mein Gott. Die ist sehr hübsch, die Jacke. Das ist süß. Das ist sehr süß mit dem Blümchen da oben. Gefällt mir sehr gut. Und das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ich das auf jeden Fall nutzen werde. Dann einfach ein stinknormales Top. Sie hat sehr große Boobies auf jeden Fall. Die muss ich gerade mal ein bisschen kleiner machen, weil sonst irritiert mich das. So, das gibt es auch in super vielen Farben. Sehr hübsch. Dann gibt es so eine Abenteurerweste. Das finde ich super cool. Das schreit nämlich für mich einfach nach Abenteuer erleben im Dschungel. Ja, mag ich super gerne. Dann haben wir dieses Top. Äh, weiß jetzt nicht, was das mit Abenteuern zu tun hat. Aber, ja, ganz, ganz süß. Und bei manchen Sims bestimmt hübsch. Das gefällt mir auch sehr gut. Kann ich mir auch super gut bei so einem Dschungelabenteuer vorstellen. Jupp, 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 jupp. Okay, gibt es auch wieder in verschiedenen Farben. Oh, my God. Das ist mega cool. Das ist richtig, richtig cool. Gefällt mir mega gut und passt voll rein, finde ich. Also EA, good job. Oh, Malte. Er hat schon Mini-Staffsäuber. Also Mini-Staffsäuber. Hier auch wieder ähnlich. Ich glaube, das hat einfach mit anderen Kulturen zu tun und nicht viel mit dem Dschungelabenteuer. Sehr schön aber. Also, das Kleid gefällt mir wirklich gut. Ups, Entschuldigung. Oh, das ist auch mega cool. Wow. Ja. Oh, my God. Sehr, 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 sehr schön. Genau, hier gibt es auch vieles Neue. Vieles Neue. Mein Deutsch ist heute mal wieder on point. Hier gibt es einmal diesen Funky-Rock. Ganz süß. Werde ich aber wahrscheinlich nicht nutzen. Obwohl, in diesen neutralen Farben sieht er ja doch gar nicht so schlecht aus. Dann gibt es so eine Hotpants. Finde ich super cool. Auch mit dem Oberteil zusammen. Sehr schön mit diesem Gürtel noch da durchgebunden. Beziehungsweise diesen Band. Wow. Hose. Top. Mit dem Gürtel auch wieder. Dann gibt es noch diese Abenteuerhose. Oh, mein Gott. Die erinnert mich so voll an Tomb Raider. Wow. Wie oft habe ich schon wow gesagt? Aber einmal ein Armband. Wow. Wow. Das ist cool. Sieht aus wie so eine Festivalsammlung. Und noch eine Leggings, die wir jetzt gerade nicht sehen können, wenn wir meine Hose anhaben. Und jetzt will ich noch ein paar Wanderstiefel haben. Also wenn es keine Wanderstiefel gibt, bin ich enttäuscht. Wir gehen mal schnell drauf. Ja, genau sowas habe ich gesucht. Sehr, sehr cool. So, hier sind wir bei der männlichen Variante. Das ist der liebe Yannick. Den habe ich auch gerade mal aus der Galerie gedownloadet. Und auch hier gibt es vier neue Frisuren, beziehungsweise drei. Wieder die gleiche Situation wie bei den Frauen. Finde ich, sieht auch mega an ihm aus. Oh, mein Gott. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Sieht voll cool aus. Dann gibt es diese neue Frisur. Liebe ich. Liebe ich, liebe ich, liebe ich. Und ich weiß jetzt schon, dass ich sie auf jeden Fall sehr oft nutzen werde. Voll cool. Dann gibt es auch die gleiche Frisur bei den Männern. Finde ich tatsächlich bei den Männern cooler als bei den Frauen. Muss ich sagen. Also ihm steht jetzt tatsächlich besser als der lieben Bella. Und dann gibt es die gleiche Frisur auch wieder mit dem musterfarbenen Stirnband. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall diese Frisur nehmen, auch wenn die nicht so mega nach Abenteuer aussieht. Aber Halleluja! Und es gibt genau die gleichen Hütte wie bei den Ladies. Auf jeden Fall gibt es einmal dieses Hemd mit der Weste drüber. Dann gibt es die gleiche Weste wie bei den Frauen. Super, super cool. Habe ich ja eben schon mal gesagt. In verschiedenen Farben. Dann gibt es diesen Cardigan mit einem Alpaka drauf oder einem Lama. Süß! Dann gibt es auch hier wieder so ein cooles Hemd. Einmal noch dieses Hemdchen in verschiedenen Farbvariationen. Dann gibt es noch diesen Hoodie oder Pulli oder so. Finde ich echt auch sehr schön. Vor allem in der Farbe. Die gehört, denke ich mal, dazu, weil die hat ja unten noch so einen Gummizug und das sieht sehr nach Abenteuer aus. Dann haben wir noch diese Hose. Ein bisschen unvorteilhaft, ne? So weit geschnitten. Auch mit so einem Gürtel oben. Die finde ich auch cool. So umgekrempelt. Sehr, sehr schön. Dann haben wir die gleiche Hose wie bei den Frauen. Fand ich da ja schon super cool. Hier gilt das Gleiche. Okay, die Kinder haben leider nur einen neuen Hood bekommen. Ansonsten nichts. Äh, ja. Hm, werde ich wahrscheinlich niemals nutzen. Aber ist es da. Und bei den Oberteilen gibt es zwei neue. Einmal das Gleiche, wie es bei den Herren gibt. Und dann gibt es noch dieses T-Shirt hier. Sieht ein bisschen aus wie so ein Trikot. Cool. Okay, und die Mädchen bekommen noch so einen Cardigan. Ich habe gerade mal männlich weggedrückt, damit wir das auch auswählen können. Mit so Vögelchen drauf. Sehr, sehr süß. Schauen wir mal, ob es noch was gibt. Nein, keine neuen Hosen. Keine neuen Ganzkörperanzüge. Keine Accessoires. Und auch keine Schuhe. Ja. Sehr schade. Kinder sind ein bisschen kurz gekommen. Aber ich glaube, die werden wahrscheinlich auch nicht so auf Abenteuer gehen können. So, wir sind jetzt im Gameplay-Modus und werden jetzt mal eine Runde reisen in die neue Stadt. Ich glaube, man muss auf Urlaub nehmen drücken. Das nehmen wir dann Janik auf jeden Fall mit. Wundert euch nicht. Der Haushalt heißt jetzt auf einmal irgendwie Bella. Ich habe es verdattelt, das wegzumachen. Ja, ihr seid ganz süß. Aber zeigt uns bitte, wie wir reisen können. Denn das ist das, was uns wirklich interessiert. Oh mein Gott, Bella gefällt mir wirklich mega gut. Die gefallen mir als Pärchen voll gut. Okay, los geht's. Wir können nach Salvadorada düsen. Düsen. Ich weiß, ich habe dieses Pack nicht, deswegen kann ich da nicht hin. Aber wir düsen jetzt nach Salvadorada und... Oh mein Gott. Es ist wunderschön. Was bedeutet... Was bedeutet... Oh mein... Leute! Das ist ja mega schön. Oh mein Gott, das sieht wirklich aus wie bei Reiseabenteuer. Ähm... Wie läuft das denn jetzt hier? Achso, da können wir dann... Romantische Aura, Ruhe und Frieden. Natürliches Licht. Oh, okay. Da können wir keinen Urlaub machen. Ich bin gespannt, was bei den Fragezeichen ist. Ähm... Ich... Wir müssen uns jetzt hier irgendwas aus. So ein Abendrot. Gruselige Krabbeltiere. Oh mein Gott. Frischluft. Das ist großartig. Wo sollen wir hin? Ich glaube, wir gehen ins Dschungel-Bungalow. Es ist sehr... Oder sollen wir zu den Krabbeltieren? Ich finde die Krabbeltiere witzig. Komm, wir gehen ins Hügelblick. Äh... Mieten für... Ach komm, wir gehen mal drei Tage. Mal gucken, was... Was es hier zu bieten hat. Und was wir hier erleben können. Ich habe, wie gesagt, das andere Pack nicht, wo man verreisen kann. Deswegen kenne ich das hier alles noch gar nicht. Aber ich bin wirklich mega gespannt. Und es ist voll cool. Versteck-Hügelblick. Das ist also unsere Unterkunft für die nächsten Tage. Wie gemütlich ist das denn? Willkommen im Dschungel, Bella. Im Rahmen deines Mietpakets wurde praktische... Wurde praktische Abenteuer-Ausrüstung zu deinem Inventar hinzugefügt. Wenn du den Dschungel von Belomisia erkunden möchtest, solltest du auf dem Marktplatz von Puerto Lamante noch mehr Ausrüstung kaufen. Ich glaube, ein Doppel-L spricht man hier aus. Oder hier, Lamante? Ich weiß es nicht. Nach mehr Ausrüstung kaufen. Okay, dann schauen wir mal in unser Inventar und schauen, was wir da haben. Okay, eine Machete. Oh ja, alles klar. Und Spinnenschutzmittel. Ey, wie geil ist das denn? Es ist Hammer. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwas Neues machen können. Das sind auf jeden Fall viele neue Objekte, die dazu gekommen sind. Das Bett finde ich mega, mega schön. Gefällt mir richtig gut. Die Küche ist auch neu. Das Regal finde ich richtig schön. Sehr, sehr, sehr pretty. Was ist das? Ach, ein Grill. Oh mein Gott. Ich weiß aber nicht, ob der neu ist. Ich möchte allerdings jetzt wirklich mal zum... Was kann ich... Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich hier alles erleben kann. Das ist ja großartig. Ich möchte gleich mal dann zum Marktplatz, damit wir hier irgendwas erkunden können. Ja, wir spielen einfach mal eine Runde. Was ist das denn? Kann ich hier irgendwie hin? Da flattert was. Ein Insekt. Ich möchte gerne in den Dschungel rein. Wahrscheinlich geht das ganz anders und ich muss das ganz anders alles angehen. Aber wir laufen jetzt erstmal hier ein ganz kleines bisschen in den Dschungel rein und erkunden die Welt. Hier von Silva Dorada oder wie das heißt. Oh, ein Museum. Lauf weiter. Oh nein. Habt ihr gesehen? Sie wurde von Mücken attackiert und der liebe Yannick hat die Tanzfähigkeit erworben. Wow, herzlichen Glückwunsch. Lauf weiter, Girlie. Wir erkunden hier alles. Und sind hier schon bei dem kleinen süßen Museum angekommen. Ja, ohm, genau, genau, genau. Nee, aber wir reisen jetzt mal... Nein, stopp. Wir reisen jetzt mal... Nee, ohne Yannick. Obwohl, Yannick kann auch einfach mitkommen. Wir reisen jetzt mal dann zu dem Marktplatz, der hier wohl irgendwo sein wird. Okay, das ist das Museum, wovon gesprochen wurde. Was ist das? Entdecke entschlossener, der einen durchsteht, dann kann man... Okay. Nee, aber ich möchte gerne zu dem Marktplatz... Ah, hier. Hier ist der Marktplatz. Da möchte ich gerne hin. Warum kann ich da nicht hin? Wie auch, Mann. Ich bin einfach zu schlecht in Sims 4. Okay, dann reisen wir jetzt erstmal hier in diese Bar und können dann vielleicht da einfach rüberlaufen oder so. Ich weiß ja nicht, wie das Ganze... Wie das hier immer alles funktioniert. Es tut mir leid. Also, falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin ein Sims 4 Noob, weil ich immer noch vier Sims 3 spiele und noch nicht so lange Sims 4 spiele und nicht so aktiv. Deswegen habe ich nicht so viel Ahnung, wie etwas funktioniert. Aber hier ist anscheinend... Wow! Hallo! Darf ich mich fangen? Hier ist anscheinend eine Einheimische, die Mariana. Hallo, Mariana. Geh dich mal lustig vorstellen. Vielleicht kann sie uns ja irgendwas hier über den Dschungel erzählen. Ähm, können wir irgendwas... Ähm, wie heißt das? Irgendwas Traditionelles hier bestellen? Fischtack? Ah! Tortillas mit Soße! Oh mein Gott, mein Traum. Was hast du jetzt da bestellt? Du sollst Tortillas mit Soße bestellen. Ich möchte kein Drink. Ich möchte was essen. Weil Essen ist Leben. Oh mein Gott! Das sieht so fantastisch aus! Ich liebe Nachos, falls ihr das noch nicht wusstet. Mit Salsa. Oh Gott! Es ist das Beste auf der Welt. Wow! Und was konnte man... Fischtacos, genau. Oh mein Gott, super! Oh, wow! Seht ihr, wie sie ihren Booty schenkt? Wow! Wow! Oh, wow! Schenk dat Booty! Schenk dat Booty! Ich möchte nicht die Fischtacos sehen. Yum! Yum, yum, yum! Amazing! Mit der Limette daneben. Super! Ach so, hier ist der Marktplatz! Ah, Nina! Wow! Oh, mehr Essen! Oh, ihr merkt vielleicht schon. Neue Gerichte sind für mich das Größte. Ich liebe das Essen bei die Sims. Und dass stetig neue Gerichte dazukommen, finde ich super. Ah, da kann man handeln und was kaufen. Archäologietisch kaufen. Forschungszuberhörter kaufen. Wir gehen auf jeden Fall mal hier hin und schauen, was wir so kaufen können. Und da... Was ist das denn? Wasserfall... Oh mein... Ah, super! Angel sie dir... Oh, ein Buch. Okay. Ne, ein Buch brauche ich nicht unbedingt. Aber was haben die denn hier alles liegen? Oh! Oh! Akustikgitarre! Oh, eine Gitarre. Okay, ein Buch. Man kann eine neue Fähigkeit erwerben. Ist das eine Fähigkeit? Archäologie, Band 1. Kleine Pinselung. Du, das hört sich nach einer Fähigkeit an. Aufklappbare Archäologie-Werkbank. Sehr schön. Ein Ball, Ball, Ball. Ein Bett für junge Entdecker und fantasievolle Träumer. Für kleine Denker und fröhliche Wildfänge. Dieses Bett ist perfekt für alle Kinder. Oh! Okay, gibt es Betten? Futternäpfe. Genieße den Moment. Teile deine Inspiration. Eine Katzentoilette. Kindergeige. Okay, das kennt man ja, glaube ich. Oder sind... Ja, das sind die ganz normalen Sachen. Lampen. Okay, ich würde sagen, wir kaufen einfach mal hier die Werkbank. Keine Ahnung, was die uns bringt. Und wir kaufen uns das Buch. Ja, das nehmen wir mit. Und das hier haben wir ja, glaube ich. Plasma-Fledermaus-Köder. Was in aller Welt sollte man mit einem Box voll fliegen? Machen wir schon einmal. Okay, das möchte ich auch kaufen. Und dann möchte ich eine Wasserflasche kaufen. Ähm... Was ist das hier? Oh, das hat mir jemand weggekauft. Dieses Getränk liefert mehr Energie als jede Flüge... Ja, kaufe ich auch. Was ist das? Fertig-Grill-Käse. Kaufe ich auch. Mh, was ist das? Ost-Osmiskanische Puppe. Diese Puppe... Ach süß. Wir haben ja keine Kinder, müssen nicht kaufen. Aber sehr schön. Kann ich... Nee, sonst kann ich nichts kaufen, ne? Also, ich meine... Ich habe, glaube ich, schon genug gekauft. Aber das haben wir, ne? Ja, Spinnenschutzmittel. Haben wir schon gekauft. Sehr... Och Gott, jetzt habe ich vergessen, ihr Essen anzugucken. Naja, egal. Sehr schön. So. Und jetzt kann ich irgendwie... Wie, wie gehe ich denn jetzt auf Abenteuer? Ich... Äh... Nina versteht die Welt nicht mehr. Nein, abbrechen. Äh, was hat sie? Warum ist sie schlecht drauf? Unwohl. Überwältigender Geschmack wegen Selva-Doradianischer Küche. Die traditionellen Gewürze waren ein wenig zu heftig. Bella konnte das Gericht nicht ganz aufessen. Du solltest dich erst an den Geschmack gewöhnen. Versuche, diese... Ah, Kulturfähigkeit zu erhöhen. Wow. Wie tue ich das? Keine Ahnung. Aber, äh, wir reisen jetzt nochmal. Und dann gucke ich, ob wir irgendwie irgendwo hinkommen. Ich möchte gerne einfach in den Busch. Ist das zu viel verlangt? Ich möchte hier in den Busch. Aber... Lokale Legendenbericht noch... Aber wie komme ich denn da hin? Ach. Kann ich einfach... Äh... Vielleicht kann ich einfach... Ausgangspunkt. Okay. Vielleicht kann ich einfach da hingehen. Und dann kann ich darüber so wandern. Huh. Aufregend. 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 So. Hallo. Okay. Das scheint hier so ein Startpunkt zu sein. Für alle, die ihr Abenteuer beschreiten wollen. Da ist nochmal eine Toilette und eine Dusche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yes, please. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bella, wie sie sich hier den Weg freimacht mit ihrer Machete und der liebe Janik mir in den Weg kommt. Weiter. Guck mal. Guck mal. Iñi juckt das so überhaupt nicht. Mach weiter. Hör auf zu reden. Hör auf zu reden. Mach den Weg frei für mich. Hör auf zu reden. Los. Ich möchte hier durch. Das finde ich super. Okay, das strengt sie schon mega an. Das finde ich echt cool, weil... Sehr realistisch. Weil manchmal war das ja bei Sims 3 so, dass die... Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo ist sie hin? Warum? Und plötzlich Faultiere. Als Bella um die Ecke biegt, wird sie von einer absoluten Stille empfangen. Sie blickt nach oben und entdeckt eine Herde Faultiere. Ich liebe Faultiere. Die sie beobachtet. Bella ist einen Moment abgelenkt, läuft gegen einen tiefhängenden Ast und scheucht ein paar kleine Käfer auf. Die zu den Faultieren schwirren und ihnen den Pelz anbrennen. Oh mein Gott. Was soll Bella tun? Natur in Ruhe lassen, fliegen, durch tanzen, ablenken. Höhere Salvadoraner geführt zu besseren Ergebnissen. Okay, Käfer benebeln. Verbraucht Drakes Feuerschlucker. Nee, ich möchte die Fliegen durch Tanzen ablenken und von Käfern und Faultieren. Bella beginnt ordentlich Krach zu machen und einen traditionellen Tanz aufzuführen, um die Käfer von den Faultieren abzulenken. Die Tanzschritte sind ungewohnt und Bella stolpert, als noch mehr Käfer auftauchen. Die Faultiere werden unruhig und bei dem Gezappel brechen ein paar Äste ab, wovon ein Bella auf den Kopf tritt. Sie läuft davon, eh noch etwas Schlimmeres passiert. Jetzt kommt sie wahrscheinlich wieder raus, oder? Riecht das richtig? Oh, sie ist beschämt. Warum? Wegen den Faultieren. Zwei linke Füße, weil im Dschungel Faultieren begegnet ist. Wo bist du, Bella? Oh mein Gott, wo ist sie? Wo sind wir hier? Hallo? Oh, wow! Lauf da drüber. Kannst du da drüber laufen? Ja, kann sie? Großartig. Komm her. Lauf. Wo bist du? Da kommt sie. Wow! Das ist so wunderschön. Warte. Ich brauche ein Bild. Oh, oh, wow! Oh, wow! Gaga! Nee, sorry. Aber das ist wunderschön! Also, die Gestaltung von der Welt ist wirklich der Wahnsinn. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und dann sind wir hier. Oh, I love it! Und da oben ist schon wieder ein Eingang. Oh, was ist das? Nina ist irritiert. Kann ich? Nein, da kann ich nirgendwo hin. Aber wir können hier oben hin. Lauf. Wow! Und hier ist dann... Oh! Da können wir Tickgemächte machen. Und dieser Pipimachbusch. Können wir hier runterspringen? Nein. Okay, schade. Verstehe ich gar nicht, wieso. Aber hier kann man auf jeden Fall noch jede Menge Abenteuer erleben. Ich möchte das aber gerne noch in meinem Let's Play alles erleben. Ich wollte euch nur mal so einen ganz kleinen Einblick geben, was hier so geht, was Salvadorada oder wie diese Stadt heißt so hergibt. Und der erste Eindruck von mir ist wirklich wow. Die Stadt ist mega, mega schön. Gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, hier kann man noch einiges erleben. Da wird dann unsere Sims 4 Let's Play Familie auch mal hierher reisen. Und vielleicht werden sie sogar hier auf Bella und den lieben Yannick treffen, wenn sie vielleicht irgendwie einziehen. Oder ich platziere sie in unserer Welt. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, das Spiel ist ab dem 27. Februar zu erhalten. Ich denke, dieses Video kommt morgen. Deswegen wird es morgen zu erhalten sein. Oh Gott, Nina. Warum redest du so viel? Hör einfach auf Tränen. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt mir gerne eure ersten Eindrücke in die Kommentare, was euch am besten gefällt an diesem neuen Gamepack. Und ja, ich hoffe, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Heute, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne, gerne tun. Und werdet Teil der Teamfinity-Familie. So heißt unsere Community, falls ihr das noch nicht wusstet. Ich habe euch alle ganz sehr lieb und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.